Wem ist warm, Hand hoch? Wem ist kalt, Hand hoch? Wer lübt gerne? Es müssten doch mal die gleichen sein, die vorhin gesagt haben, es wäre heiß, äh, kalt. Egal. Nun, wolltet ihr noch ein schönes Lied hören? Oder wolltet ihr lieber ein liebliches Lied hören? Wem ist es scheißegal, welches Lied? So ein Glück, wir haben zufälligerweise ein scheißegal-Lied dabei. Dieses Lied wäre wohl ein Lied aus unserem Zyklus Getränke dieser Welt. Und es handelt von einer Flüssigkeit, welche braun ist, einen erhöhten Alkoholgehalt aufweist und rumartig ist. Habt ihr eine Ahnung, um welche Flüssigkeit es sich handelt? Was? Wie? Moment. Wir kommen ja von nicht so weit weg. Aber bei uns zu Hause ist eine rumartige Flüssigkeit rum. Scheinbar egal. Egal. Nun, das nächste Lied handelt auf alle Fälle von Rum. Wer von euch kennt Rum? Hand hoch! Wer von euch trinkt Rum? Hand hoch! Wer von euch trinkt? Das dauert manchmal länger. Nun, ihr müsst wissen, mit Rum kann man sehr viel anfangen. Man kann zum Beispiel rumschauen. Man kann rumkugeln. Man kann auch rumwürfeln. Ganz vagemutige, die machen auch Rum. Das dauert auch länger. Ja, manche machen so stark Rum, dass nach neun Monaten viel Arbeit da ist. Nun, in unserem Fall geht's um die Hauptstadt des Rummels. Hören Sie das Lied von Hoppanna! Hören Sie das Lied von Hoppanna! Keine Angst, das war nicht das Lied, das war nur das Vorspiel. Das kennen vielleicht einige von zu Hause. Eine halbe Stunde betteln. Bei uns geht's schneller. Jetzt geht's los! Macht euch locker! Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018